Hallihallo, ihr Häschen da draußen, ihr süßen Häschen, Osterhäschen. Hallihallo, recht herzlich willkommen in unserem Videodeal. Wir haben es versprochen, wir haben Tonnen über Tonnen Schokolade von Smarties, zum Beispiel die Smarties, die leckeren Smarties, gefüllte Osterhäschen. Dann sind dabei Osterhäschen, guck mal, von BVB. Jetzt gibt es den einen oder anderen Bayern-Förder, die lieber sterbe ich. Erstmal die BVB-Häschen, das man auch sieht, alles lang und schmutzig haltbar. Und wir haben natürlich auch Bayern-München-Häschen, guck mal, die Original-Mia-San-Mia-Ware, auch ewig und drei Tage haltbar. Also, ihr habt beides, und zwar geht es jetzt los. In diesem Osterschokoladen-Deal sind über vier Kilo. Ja, vier Kilo kommen in diesen Karton. Und zwar fangen wir mal an. Es kommen acht von diesen BVB-Häschen rein. Acht Stück. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht. Acht Häschen kommen hier rein. Acht Schokoladen-Häschen. Acht mal Bayern-München-Häschen. Warte mal, acht Bayern-München-Häschen. Sechs Bayern-München-Häschen, guck mal, wie gut die sich vertragen. Sieben, acht. Acht Häschen. Zum Beispiel haben wir 16 Häschen. Dann kommen rein Original-Kit-Kart-Schokoladen-Häschen. Auch hier wieder alles lang und schmutzig haltbar. Kann man sehen. Innen drin, dass man auch mal sieht. Übrigens, jede Packung, jedes Teil kostet im Schnitt zwei Euro. Wenn du mal billig kriegst, eins, neun, sechs regulär. Nochmal einzeln verpackt innen drin. Davon gibt es, wie viele? Drei, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei und die machen wir mal lose rein. Drei, okay? Damit wir die da drin haben. Dann kommen dazu hier Schokoladen-Eier. Von KitKart Schokoladen-Eier. Das sind auch 100 Gramm-Päckchen. Haltbar best, dass man sieht. Lang und schmutzig. Die sind einzeln drin. Nochmal, dass man auch das sieht, Schokobon-mäßig verpackt. Nochmal einzeln so verpackt. Da gibt es zehn Stück, zehn Stück. Ich glaube, die packen lassen wir mal liegen und gleich rein. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Also zehn Päckchen. Dann haben wir dabei Schokoladen-Häschen. Auch wieder Original-Smarties. Lang und schmutzig. Wieder haltbar. Mal gucken, wo steht es. Hier unten. Zehn, zweitausend, vierundzwanzig. Da kommen fünf rein. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Päckchen. Ja? Da hast du da wieder fünfmal Schokolade dabei. Dann kann man dabei, was haben wir hier noch? Die Schokoladen-Häschen, ne? Die gefüllten. Einmal, zweimal, dreimal. Kommen drei dazu. 300 Gramm. Guck mal. Schokoladen-Häschen. Wie lange sind die wieder halb da? Ich weiß nicht. Hier unten 11, 24. Kann man sehen. Siehst du es? 11, 24. Alle gleich, dass man sieht. Die Schokoladen-Häschen. Zwei, vier, sechs Euro im richtigen Leben, ne? Wir reden also hier von einem richtigen Berg. Dann packen wir noch Smarties-Sachen obendrauf. Ich nehme jetzt mal irgendwas hier. Fünf Teile, die wir noch obendrauf packen. Querbeet fünf Teile. Smarties-Sachen. Nochmal obendrauf von uns. Und dann machen wir noch Oreo. Die goldenen Oreos. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal goldene Oreos. 600 Gramm. Auch nochmal nochmal. Okay? Da bist du bei über vier Kilo. Über vier Kilo. Das Ganze hat einen Wert draußen. Was sind es rund? 50 Teile. Nicht ganz 50 Teile. Komm her. Wir machen noch Ostereier dazu. Hat man zwar jetzt nicht geplant. Aber guck mal. Das sind so befüllbare Ostereier. Dann nehmen wir immer noch mal ein Fäckchen. Und schmeißen sie mit rein rein. Okay? Eines von denen kann man befüllen. Das sind so Ostereier, die man befüllen kann. Kann man für die Kinder was machen oder solche. Die kann man dann einfach aufmachen und kann sie befüllen und wieder schließen für die Kinder. Gibt es ein Päckchen rein. Da sind über 50 Teile da drin. Das heißt, 30 Euro kostet der ganze Deal. 29, 99, 30 Euro. Machen wir einfach 30 Euro. Und ja, du bist bei irgendwie 55, 58, 60 Cent ungefähr. Ja? Pro Teil. Egal was. Ich glaube, du bist da super billig. Wenn ich das rechne, 50 Teile, 2 Euro im Schnitt, sagen wir mal 1,50 im Schnitt, bis bei 75 im Normalfall. Ja? Ja, also in jedem normalen Laden 75. Selbst wenn du es für einen Euro kriegen würdest, wäre es bei 50 Euro. Also, wir haben da ungefähr die Hälfte, selbst wenn du es für die Hälfte draußen kriegen würdest. Wahnsinn! Also, deckt euch ein. Wir haben viele leckere Sachen. Ja, guckt nochmal drüber, was alles mit dabei ist. Ich glaube, ich packe mir auch gleich mal so ein Kitty-Katte-Ei. Das ist nämlich extra lecker. Boah, die sind echt super lecker. Kennst du das? Das Kitty-Katte-Ei. Ich brauche mir jetzt eins rein. Und viel Spaß. Oben, unten, vorne, hinten, oben bestellen. Wir haben diesmal 200 Deals. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Einen werde ich mir jetzt schon gleich einverleiben. Weil auch bei mir ist ja bald Ostern. Tschö! Mh, lecker!